Moin Moin ist die Kreuzfreunde, willkommen zu dieser Flaschenpost. Wir haben gerade eben Nachrichten auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht, die von Harkon verfasst wurden, und zwar in Englisch. Und wir haben uns die Mühe gemacht, haben erst ins Deutsche übersetzt und möchten dazu eine Flaschenpost machen, weil doch recht viel angekündigt wird und Neuigkeiten für jeden dabei sind. Manche lesen nicht und manche schauen lieber Videos, darum machen wir euch ein Video. Ich hoffe, euch gefällt's. Fangen wir an. 2017 gab's viele Veränderungen, wird hier geschrieben. Frankreich, Großbritannien, Panasien wurden hinzugefügt eine Menge Prämien, Elite-Karbaner XP, einzigartige Kommandanten sind auch neu im Spiel. Und ja, Sammlungen, Clankämpfe und sogar PvE-Szenarien wurden 2017 eingeführt. Ja, was kann man also 2018 erwarten? Ja, 2018 wird Wargaming dieses Spiel in verschiedene Richtungen weiterentwickeln und neue Schiffe, neue Kommandanten, neue Operationen und Kampagnen einführen. Das ist natürlich schon mal sehr spannend. Wargaming hat nicht vor, das Tempo zu verlangsamen, also wird es doch relativ zügig vorangehen. Sie planen jedoch eine thematische Veröffentlichung in Ereignisbögen. Heißt einfach, dass in Zukunft diese Schlachtschiffe nicht einfach rausgeknallt werden, hier habt ihr sie, viel Spaß beim Spielen, sondern es wird in Etappen released. Das steht dann hier auch da drunter. Als ein Beispiel ist der nächste neue Zweig, französische Schlachtschiffe. Früher wurden sie einfach ins Spiel hinzugefügt. Diesmal erleben die Spieler ein Spielereignis, was über mehrere Spieler-Updates hinausreicht. Und nicht nur einen neuen Schiffsbaum, sondern einen einzigartigen französischen Kommandanten, eine neue Sammlung und einen neuen französischen Hafen beinhaltet. Zu Beginn des Jahres 2018 wird das Spiel komplett in die Atmosphäre Frankreichs eingetaucht. Danach wird es weitere neue Zweige und neue Ereignisbögen geben. Also Ereignisbögen, so nennen die das. Also man könnte auch Themen, Tage, Monate, Wochen nennen, wie auch immer. Auf jeden Fall sind damit die ganzen französischen Sachen dann hinzugefügt. Und das wird halt nicht mehr so plötzlich sein, wie es jetzt zum Beispiel auch bei den britischen Schiffen war. Hier hat man noch eine kleine Übersicht. Da hat man schon das Zeichen für die französische Sammlung oben drüber. Einen einzigartigen Kommandanten. Da hat man schon mal ein Porträt, kann man sich also schon mal einrahmen. Wenn man sich darauf freut. Ich tue es auf jeden Fall jetzt schon mal, werde mir das aber nicht einrahmen. So, das nächste, amerikanische Kreuzer. Da wird ja als nächstes eine Menge getan werden. Aktuell steht der Stammbaum ja so aus, der Forschungsbaum. Und in Zukunft wird das dann so aussehen, voraussichtlich. Ja, der älteste Zweig des Spiels wird halt ein paar ernsthafte Veränderungen erleben. Ab Stufe 6 wird es in schwere und in leichte Kreuzer aufgeteilt. Pensacola, New Orleans, Baltimore werden eine Stufe tiefer gehen, wo sie wie viel mal zu spielen sein sollten. Und mit der Buffalo wird eine neue T9-Schiff eingeführt. Man sieht das ja hier quasi, wie das dann aufgelistet werden soll. Die Cleveland wird in die Reihe der Leichenkreuzer rübergehen und auch da auf T8 aber wechseln. Da kann man sich schon mal so ein bisschen vorstellen, wie das in Zukunft sein wird. Ja, also wenn die Cleveland dann ein T8-Schiff ist, mal gucken, ob es da dran noch Veränderungen gibt an dem Schiff. Aber du hast halt dann einen sehr hohen Feuerbogen. Du kannst dich relativ dicht hinter hohe Inseln stellen, aber trotzdem drüber schießen. Wirst aber nicht viel aushalten. Hast aber eine hohe Schussfrequenz und eine mittlere Distanz. Man sieht, man steht da noch da drunter. Die Lightcruiser werden das Team auf mittlere Distanz ermutigen. Eine gute Feuerrate, aber nicht die angenehmste Ballistik. Ja, weil die mumpeln sehr, sehr lange in Luft sind, auch auf mittlere Entfernung. Die neue Abzweigung werden die Verbrauchsmateriellen Air Defense Fire haben, also Luftverteidigungsfeuer, Hydroakustik, Surge in separaten Slots verfügbar haben und auf höheren Ebenen ist Radar ebenfalls geplant. Heißt also quasi, ihr habt dann drei Verbrauchsmateriellen, die alle separat sind, soweit ich das verstehe. Defensiv mit Flakfeuer, Hydroakustik und Radar. Ja, ich vermute so Tier 8 bis Tier 10 oder Tier 9 bis Tier 10. Irgendwie so, da wird es sein. Ja, meine Wellis, die geben hier schon wieder Gas, wenn sie Luftabwehr hören. So, der Spieler werden in der Lage sein, den Kampffluss signifikant zu beeinflussen, indem sie ihre Verbrauchsmaterialien in der richtigen Situation einsetzen. An der Spitze des neuen Forschungsbaums wird die Worcester stehen, in Bezug auf die Feuerrate mit dem britischen Minotaurus konkurrieren. Heißt also, das wird quasi eine Minotaur, bloß auch amerikanisch. Interessant. Also, da bin ich echt sehr gespannt, wie sie das entwickeln wird. Diejenigen, die zum Zeitpunkt des Wechsels eine Menge betroffener Schiffe haben, erhalten eine Menge Boni. Daher ist es ratsam, Kreuzer von der Cleveland bis zur Baltimore im Hafen zu halten, wenn man sie schon hat. Okay, dann freuen wir uns mal auf die Boni. Die sind in der Vergangenheit schon immer ziemlich cool gewesen. Von daher würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, diese zu behalten. Also, High-Level-Inhalte. Jetzt kommt es ja dann zu ein paar sehr interessanten Sachen, die im Hintergrund oder die euch vielleicht nicht direkt im Game beeinflussen, aber die das Game schöner machen oder funktionaler oder solche Sachen. Hier kann man die Worcester nochmal sehen, bevor ich auf die High-Level-Inhalte eingehe. Und dann kommen wir zum ersten Bild. Die wichtigste Priorität für das kommende Jahr ist, erfahrene Spieler, die bereits den größten Teil des Spiels gemeistert haben. Es gibt Pläne, Clans weiterzuentwickeln und das ist nicht nur eine Sache von der nächsten Staffel der Clan-Battles, sondern Wargaming will das Spiel auch für Clan-Spieler interessanter machen und abhängungsreicher. Geplant sind neue Gebäude für die Clan-Basis, ein neuer Wettkampf-Modus und vieles andere mehr. Ja, wir dürfen also sehr gespannt sein. Ich bin wirklich begeistert gerade, wenn ich das hier so lese. Der zweite Fokus von Wargaming geht auf die Weiterentwicklung von PvE. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Schwierigkeitsstufen hinzuzufügen und Koop-Spieler mehr herauszufordern. Und schließlich eine schwierige Mission oder einen schwierigen Dungeon mit Freunden oder Clan-Mitgliedern zu besiegen, sodass man nicht nur die Clan-Battle-Geschichte hat, wo man sich zusammenschweißt als Team, sondern möglicherweise auch wirklich Taktiken ausarbeiten muss für den PvE-Kampf, um den in komplexen Modis zu erfüllen. Cool wäre, wenn Wargaming darüber noch nachdenken würde, vielleicht auch die Widerspielbarkeit von PvE-Events ein bisschen zu verbessern und damit auch Anreize zu setzen, vielleicht nicht zwangsläufig für Öl Clan-Gefechte zu fahren, sondern vielleicht auch PvE zu fördern und da das Zusammenspiel im Clan zu stärken. Das wird ja jetzt schon ein bisschen damit getan, wenn du halt nicht den Clan-Battle der Woche hast oder nicht die Clan-Battle, die PvE-Mission der Woche, dann ist es ja schon so, dass du ja, da schon deinen Clan brauchst, um da spielen zu können. Also eine vernünftige Gruppe. So, dann geht's weiter. 7.3, 7-3. Wargaming arbeitet auch daran, neue Spielressourcen und Währungen hinzuzufügen. Spieler können sie in einer Vielzahl von Modi erhalten und sie für seltene oder sogar exklusive Upgrades Tarnung und sogar Schiffe ausgeben. Dies wird Wargaming ermöglichen, Preise wieder einzuführen, die für lange in der Vergangenheit liegende Ereignisse geschaffen wurden und die viele neue Spieler gar nicht bekommen können, weil sie halt, keine Ahnung, die Erkensis-Beta nur an Betaspieler ausgegeben wurde und jetzt in Zukunft möglicherweise über eine Retromission oder so so eine Sachen auch nochmal hinzugefügt werden können. Verbesserungen. Natürlich plant Wargaming auch weitere Verbesserungen, zusammen mit der Community den Inhalt und die Mechanik im Spiel zu verändern oder zu verbessern. Es wird an dem Flugzeugträger gearbeitet, das Matchmaking-System Gleichgewicht. Sehr, sehr interessant. Das Matchmaking-Gleichgewicht-System muss aufgerüstet werden, da die meisten Spieler Schiffe der höheren Stufe freigeschaltet haben. Wenn zum Beispiel ein Spieler mit einem Tier-5-Schiff in einen Kampf gezogen würde und alle anderen Schiffe 6 und 7 wären, verursacht das viel Frust. Ey, was für eine Erkenntnis. Wargaming wird versuchen, dies so selten wie möglich zu erreichen. Detonationen müssen ebenfalls überarbeitet werden, da zu Beginn des Kampfes nicht viele Spieler aus einer zufälligen Hülle detonieren. Ja. Offensichtlich ist am Anfang des Spiels, so verstehe ich das, die Wahrscheinlichkeit, dass du detonierst, ein bisschen geringer. Als am Ende des Spiels. Ja. Keine Ahnung. Müssen wir mal sehen, was da dann kommen soll. Auf jeden Fall offensichtlich, das Gleichgewicht-System wird überarbeitet. Möglicherweise kann man mit T5 dann nicht mehr in so ganz große Gefechte gezogen werden irgendwie. Also, da bin ich nochmal gespannt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil manchmal ist das schon frustrierend, da ins nächste Gefecht zu kommen, wo dann die Schiffe alle über dir sind. Wobei man das ja auch ein bisschen mit dem Zusammenstellen der Gruppe da umbauen kann oder beeinflussen kann. So, was kommt bald? Zu Beginn des Updates, zu Beginn des Jahres 2018 wird das Update 070 erscheinen. Ist ja kein großer Wunder oder kein großes Wunder. Das ist eigentlich jedes Jahr so, dass im Januar die neue Patchzahl kommt, 07. Und damit wird automatisch schon mal eingeführt, die neue Portkamera, die Spielern ermöglichen soll, Schiffe ihrer Größe und Schönheit es besser zu würdigen. Konto-Embleme und persönlichen Signien, rechts zu sehen, werden ebenfalls beim Kunden oder bei uns als Spielern hinzugefügt. Sie werden im Profil des Spielers, in der Kontaktleiste und im Kampf sichtbar sein. Es gibt zwei Arten zu Beginn. Mit Patches, die aus dem Hintergrund oder aus dem Schild oder einem Logo oder ein Symbol bestehen. Also die Patches sind ja quasi sozusagen Aufkleber, ja, diese Sachen, sage ich jetzt mal. Also hier geht es halt um ein Schild, die aus einem Logo bestehen und aus einem Schild. Der zweite Typ wird komplexere, einteiligere Designs beinhalten. Während Spieler zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeit haben, ihre eigenen Bilder hochzuladen, wird es genug Vielfalt geben, um viel kreativen Ausdruck zu ermöglichen und natürlich werden ständig neue hinzugefügt. Das soll dann sowas sein wahrscheinlich. Die sind so ein bisschen viel krass, also vielseitiger besonders, aber sie sind halt nicht modular, sondern einmal so und fertig. Mal gucken, wie viel sie davon hinzufügen werden, damit das auch wirklich einmalig bleibt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, und da sie das schon angesprochen haben, dass man vielleicht in Zukunft selber Designs hochladen kann, wäre ja richtig geil, wenn ich mir vorstelle, das Seacroids-Logo demnächst auf den Schiffen draußen drauf zu haben. Wir kennen das schon aus World of Warplanes. Wer unsere Livestreams guckt oder unsere Übertragung sich anschaut, bei World of Warplanes habe ich mein Seacroids-Logo bereits außen am Flugzeug dran. Also kann ich mir nicht so schwer vorstellen, das auch in World of Warships hinzuzufügen. Das ist ja auch Werbung, die man nach außen trägt. Und der letzte Punkt bei dieser Neujahrs-Vorausschau, der berühmte russische Kreuzer, Varyjek, wird im Jahr 2018 zum Spiel hinzugefügt und steht Spielern über Ingame-Aktivitäten kostenlos zur Verfügung. Das bedeutet am Ende, es wird eine Kampagne geben oder es wird irgendwelche Missionen geben, irgendwelche Aufgaben geben, die dafür sorgen, dass man dieses Spiel oder dieses Schiff freischalten kann und dann wird man diesen Kreuzer hier im Spiel antreffen. Also da können wir auch sehr, sehr gespannt drauf sein. Das soll es schon gewesen sein von den Nachrichten im Ausblick auf das Jahr 2018 von Wargaming. Und ja, ihr Koffer, ihr hattet euren Spaß, ihr seid jetzt rundum informiert. Wenn ihr ein paar mehr Details haben wolltet und nochmal selber nachlesen wollt, was ich euch jetzt gerade so ein bisschen nahegebracht habe, geht einfach auf unserer Facebook-Seite, da seht ihr den deutschen Originalartikel. Wenn ihr auch in Zukunft weiter informiert bleiben wollt, einfach die Seite abonnieren. Wir bringen da alle möglichen Nachrichten aus verschiedenen Gruppen zusammen und auch verschiedene Nachrichtenseiten rund um World of Warships. Und ja, das ist denke ich ein ganz guter Punkt, um sich umfassend zu informieren, ohne 3000 verschiedene Seiten absurfen zu müssen. Ja, in dem Sinne, weiterhin frohe Weihnachten, einen guten Rutsch immer noch und bis zum nächsten Mal, euer Seacross-Clan und der Maracha. Haut rein, ciao, ciao. � Rutsch-Clan